Der Megapack Alpha ist das ideale Faltsystem für sicheren Transport und maximale Volumenreduzierung. Das System setzt sich aus Palette, Faltring und Deckel zusammen. Zwei Griffmulden im Deckel und eine Ladeklappe im Ring verbessern das Handling. Zudem erleichtern sie das Einlegen und Entnehmen der Produkte. Verriegelungen in Palette und Deckel sorgen für Sicherheit und ersparen ein zusätzliches Umreifen beim Transport. Die Besonderheit des Faltsystems ist seine nestbare Palette. Durch tiefgezogene Füße lassen sich die Paletten ineinander setzen. Gemeinsam mit den Deckeln können die nestbaren Paletten extrem platzsparend gestapelt werden, während die Ringe gefaltet und in ein weiteres aufgebautes System gelegt werden. So lässt sich das Volumen für Lagerung und Leergutrückführung um bis zu 85% reduzieren. Das ist der Megapack Alpha von Söhner Kunststofftechnik. Das Faltsystem für sicheren Transport und maximale Volumenreduzierung.